Also, ehrlich, Leute, langsam spinnt Facebook, besser gesagt, Leute, es gibt ja irgendwelche, äh, weiß ich nicht, Profile, zur Zeit, zumindest werde ich total angefragt mit so Nacktbildern, so, von anderen Frauen, so, und dann denke ich mir, hallo, was willst du von mir, steht im Profil irgendwie Sex oder so, ne, äh, zwischendurch, ne, oder ich drücke sowieso auf, äh, nicht befreundet sein, und dann steht da irgendwie bei Facebook, dieses Profil existiert nicht mehr, dann denkt man sich, hä, warum kriegt man dann so komische Anfragen und am besten auch noch so Anfragen von irgendwelchen, ich weiß es nicht, das sind alles, alles nur Fake-Profile, denke ich, äh, und jetzt habe ich einfach, weil ich keine Lust mehr auf diese ganzen, dr 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 dr, nee, guckst du da hin und musst du alles löschen, ne, habe ich jetzt erstmal die Privatsphäre, auf keine Freundschaften, äh, Anfragen, wie auch immer, das kann man ja irgendwie da machen, ne, also, kein Problem, ihr könnt mich trotzdem noch anschreiben über YouTube oder Facebook, äh, ich antworte natürlich, aber auf solche komischen, äh, Anfragen antworte ich auf keinen Fall, was soll ich denn damit, hallo, ich bin ja selbst eine Frau und brauche keine Nacktbilder von dir, blablabla, von irgendjemandem, keine Ahnung, ich verstehe das nicht, also, es gibt schon welche, die muss man nicht verstehen, ne, hm, ciao.